Sie mussten es nämlich hier begreifen und da begreifen. Warum hast du mir das angetan? Ich habe uns einfach so verlassen. Ich wollte nur ein Wort und du bist fällig. Kaputt gemacht hast du alles. Man kann den anderen nicht ändern, aber man kann sich selbst ändern. Wir sind Partner. Zwei bei Calvas. Jetzt bei Angelika Calvas. Zabini.